Hey, ich bin´s, das Kältchen. Und das ist die Kilianskirche. Sie ist das Wahrzeichen von Heilbronn und wurde erstmals 1297 erwähnt. Besonders beeindruckend ist der Westturm von Hans Schweiner, gebaut von 1508 bis 1529. Er gilt als eines der originellsten Werke der frühen Renaissance in Deutschland. Auf seiner Spitze steht der steinerne Mann, unser Kilians Männle. Und in der Kirche erwartet dich eine Meisterleistung der Schnitzkunst. Der zweiflügelige Hauptaltar von Hans Seifer aus dem Jahr 1498.